hey leute hier ist non safe gaming ich habe letztens mal den obs video recorder probiert statt fraps einfach zum testen und ich habe mit dem halt eine ganze reihe von aufnahmen am stück aufgenommen und die sind halt jetzt alle nicht so gut geworden ich weiß nicht ob es an obs liegt deswegen möchte ich schon mal hier im voraus entschuldigen dass die qualität scheiße ist weil dieses video eines der videos ist die ich so aufgenommen trotzdem viel spaß im video ich kann ihn nicht kicken ja es ist nicht in deinem team alles klar hatte b Muss man schnell ein paar Tappen schließen Wenn man hier bei B etwas sagt, dann steht da ja At Laden Weil man ja am Laden ist Oben links steht auch Ja genau, wo du bist und so Und wenn du dann Sprachnachrichten machst Also your voice chat Während du im Laden bist Und dann nennst du dich einfach Osama Bin Dann steht da Osama Bin Laden Ja ich auch, vom gleichen Typen dicker Er hat schon wieder den ganzen Clan ausradiert Er kann einfach nach hinten Ja man, voll unfair Wie kommt er von da überhaupt? Er ist von uns an Span gekommen oder was? Unfassbar Ja, aber gewonnen Vor daher alles entspannt Ja man Wir haben Wir haben wesentlich dazu beigetragen Ja, würde ich auch so sagen Boah, sind peerbehinderte Leute wieder unterwegs ey Geht mal alle in die Schule Ich hab mir ne Waffe gekauft Ich lauf hier mit Piste rum Ich glaub ich hab mir ne Headshot gegeben Shit, war scheiße geschossen, ein bisschen so Nein Als ob der aus dieser Entfernung mir mit einer AK ein Headshot gibt Ja doch, kann passieren Mit AKs, manche können richtig krass mit dem umgehen einfach so So jemand wie ich zum Beispiel nicht Ja ich kann ja auch krass mit dem umgehen Du weißt ja, Sprung und dann Headshot und so Blablabla Ja du machst halt nur die schwierigen Dinger ne Ja also Ich geb mich nicht so mit leichten Dingen zufrieden Ja, ich weiß was du meinst Wenn ich sowas mache, dann schäme ich mich dafür Das muss schon krass sein So ein Adrenalinkick Ja Interessanter Typ oder Frau Ist ja alter So, dann hol ich mir nochmal ne MP Gehst du auch zu B? Ja Hast du Lautsprecher an? Ja hörst du dich doppelt? Ja Mann Achso, warte, dann mach ich dich gleich leiser Wenn ich tot bin Jo Ich bitte absolute Stille, ich möchte stepseln Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh 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 Ey, der checkt auch nicht, dass den nicht mal versteht, ne? Warum? Also, es soll sich ja an, als würde der ne Ernstansage machen wollen Dann solle vernünftig sprechen Auf englisch Hm weißt du alter er hat mich geflasht bringt dann war ich tot ja ich hab's gesehen mach dich jetzt leise ja solange du mich noch hörst hast du dich jetzt okay alter kommen die schon wieder von hinten was soll das einmal darum gelaufen ja gut das war natürlich schlafen die haben zwei primärs was ist das so wie wir v21 und v21 stammt stammt der eine klan der unter mir gerade in der tabelle ist heißt einfach rasur heißt einfach rasur er ist der klan der klan kooperation oder incoming dass ein teamkameraden angegriffen aber weil er darauf steht er macht so eine stiche die terroristen räumen auf die terroristen auf da war ein terrorist da waren sogar zwei terroristen wird das auch ein terrorist das alles hier macht mir sorgen wir haben ja auch ich habe gerade die ganze zeit auf einen teamkameraden geschossen einfach sein name nicht angezeigt wurde weil er im smoke stand hat mich nicht mal getroffen hat mich nicht mal getroffen habibullah habib hat der eine freundschaftsanfrage gesendet alter nein wer haben wir haben ein war er stirbt jetzt halibu behalte hat mir keine anfolge sind weil er nachlädt ja das war auch scheiße ich versuche da was zu reißen dann kommen die von zwei seiten diese runde mache ich mal ordentlich ja natürlich alle wir alle ok ich glaube glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich schießen auf eine andere taste legen warum dann auf die taste da drückt dann verruckelt man manchmal mit der maus kannst ruhig auf lehrtaste liegen wenn das für dich besser ist ja und auf r oder so oder auf e und wo machst du nachladen oder vertauschen das könnte aber gewöhnungsbedürftig sein jetzt habe ich noch 21 live ach die bombe liegt liebst du noch ja wenn ich mehr lange ich weiß es glaub an dich ich glaube auch an dich so wie ich an dich glaub ja man oh man ich habe alles dazu beigetragen jetzt habe ich eine AK oh ah scheiße ich dachte es wäre eine AWO hast du jetzt nicht mehr deine AK ne ich wollte dir gegen eine AWO tauschen aber jetzt habe ich eine scheiße SSG08 was das der SSG08 ach so das ist das gewehr was ich hab so eine andere snapper halt ja so eine fleece nennt sie immer scout oh alle sind B niemals mach ich jetzt ich weiß nicht wie man das verteidigt ich bin auch mit dem abend bist du hier machen auch schützt du hast mich geflasht das war der Plan du das nicht vielleicht doch nicht alle ja irgendwie nicht aber er war von krass action die haben hier gerade vorhin so drei leute oder so gleichzeitig gemacht kann man nach da ist einer auf jeden fall ja man da liegt so eine bombe ah die ist hier gerade fallen gelassen geil ich hab den Bombenleger gewischt dann ey komm mal hier zu B und denk mal von den Seiten dass hier niemand kommt so von welchen Seiten ja nice ok ne dann konnte ich halt die Bombe angucken dann konnte ich nicht von der Seite gefickt werden wenn du da gedreckt hast ja natürlich habe ich was getan ja ich bin nicht gestorben das ist was ich mir auch immer denke ich glaube er hat gesagt dass wir alle alle töten sollen ey hier kann man ja hinter die Bank oh mein Gott ja ist eine gute Position eigentlich ich habe keine Type lasse lasse reden was machst du da halt deine Granate du weißt ach hey die sind irgendwie nicht hier meinst du komm die kommen von da oben vom Balkon geil wir sind die letzten alter wo sie Barschen? Er ist hier! Wie kam der an dir vorbei? Ich hab den nicht gesehen, ich hab auch vorbeigeschossen. Bist du auch tot oder was? Mhm. Die sind alle hinter dir! Wo hinter mir? Haben die bei A geplantet oder was? Ja! Ja! Gio, ist das ein R5-Pickfin? Sie sieht aus wie ein J-Women. Haha. So, dann nehme ich jetzt die M4-A4. Todboot, Todboot. Ich auch, Alter. Die ist nice. Welche? Die M4-A4. Ja, deswegen nehme ich die auch. Ich auch. Also. Alter, die kommen von Mitte. Ja. Ja. Erstmal so scheiße smoken, wie es nun geht. Geh hier irgendwie durch irgendein Zimmer. Warum kommen die denn immer von Laden, Alter? Jeder. Jedes Mal. Im Aussch. Fuck you, Elder here. Fuck you, 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 la la la. Oha, er hat ihn noch geholt. So, man muss sich ja an der Spielkonversation beteiligen. Ey, guck mal in die Tabelle, wo wir stehen, das kann nicht sein. Warte, warte, erst kick ich diesen Hurensohn. Wer ist das? Wer denn? Der immer so... Islam. Fuck, ich kann ihn nicht kicken. Fuck. Ja, ist ein Genellteam. Ja. What pussy? Have you ever seen your pussy? Ha! Ha! Yo, Mom's Pussy. Ha! Yo, Mom's Pussy. Das war gekontert. Ja. Hm. Snitche. I fucked you up. Ah, maaaasch. Digga, es sind 10 Millionen Menschen von uns, aber er gibt mir einen Headshot, ist klar. Er hat uns alle geholt, oh mein Gott. Ich bin absolut durchstritten. Nee. Einfach nur als ob. Bei A oder was? Äh. Ja. Er ist jetzt bei A. Was hab ich getan? Pass auf, der Typ hat eine Granate auf dich geworfen. Und er lutscht Schwänze und er hat hart viel Skill. Er hat eine andere Granate geworfen. Er plantet. Er hat fertig geplantet. Er ist jetzt gleich ab, er kommt von rechts. Wie so'n Fässer. Ah! Ha! So schlimm von dir war's ja links. Egal. Ha! Ja, ich dachte der kommt da von... Ja. Ja, egal. Boah ey, dann kau ich mir die schon die AUG und mach nichts damit. Geh diesmal zu A. B bringt irgendwie Pech. Ja, wir haben ja auch. Ich geh auch zu A. Ich weiß gar nicht wie man zu A geht. Also... Einfach rechts rum. Ich meine was man da machen muss. Verteidigen. Aber wie man's am besten macht. Ja. Das muss man erstmal herausfinden. 자. eenja. Dick alter. Hat mich geholt. Haja. Weakbar. Kann gar von der Granate hinwerfen. Da holt er mich jah. Oh neyy! Achso. Ey dieser alde. Der ist echt so ein Typ, ne. Ja das ist tot. immer wenn ich jemanden sehe bei dem ich denke wo er sich gut guckt das natürlich spielstunden wird und wie viel hat er 500 ich muss euch wissen macht doch schnell ich will nicht aufstehen es ist schwer zu diesen typen ja er hat eine waffe stimmt ich habe nicht mehr gegen den cash für die mp4 ich wollte ja zu a gehen es ist ein bisschen hält siehst du mich wenn ich durch mich mit dem Ach so, es tut mir leid. Deine Scheiße. Da habe ich auch echt keinen Spaß hier dran gerade. Das ist mal wieder so eine blöde Runde, weißt du? Da verstehe. Wo einfach nichts läuft. Außer mein Trinken läuft mein Rachen runter. Das läuft aber sonst nichts. Ah, oh, er hat mir mit einem Schuss ein Headshot. Nein, ich abschliere das nicht. Du sagst erst, nö, nö, ich bin jetzt nicht tot. Ist nicht wahr, Alter. Das ist nicht ein Kill. Was ist da los? Oh, ey, 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 lass mal jetzt Zerstörung spielen, ok? Kennst du schon? Ne, klar. Ist so.